Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Doom and Destiny. Ja, ich bin manchmal blöd, kann das sein? Ich hab... und ihr habt immer in die Kommentare geschrieben, ich hab den letzten Ring nicht mitgenommen, nachdem ich da gestorben war. War ich gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, war ich. Habe ich den letzten Ring nicht mitgenommen? Wie blöd ist das denn? Ich hab den letzten Ring nicht... oh Gott, das heißt, ich muss dann später wieder dort den Weg dorthin finden. Und du musst das Ganze nochmal machen. Wunderbar. Habe ich schlau gemacht, habe ich toll gemacht, wie immer, wundervoll, ich liebe es. Ja, mir wird schon immer angedroht, dass ich ein betreutes Let's Play machen soll hier. So, geht das jetzt? Yes. Ähm, ein betreutes Let's Play, ja, das hört sich irgendwie lustig an. Ist nochmal zeitlich momentan bei mir ein bisschen schwierig. Uh! Oh mein Gott, it's a Robo! So, ähm, ja. Ich glaube, so schwer wird der nicht. Hoffe ich. Wir werden es gleich sehen. Ähm, machen wir mal ein Schlaflied. Oh yeah, Schlaflied, genau, Schlaflied ist eine gute Idee. Und? 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 Nein. Piu, piu! Okay. Dann mach Piu, piu. Ähm, dadam, 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 dadam. Da! Macht der überhaupt Mana-Attacken? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir machen es mal lieber vorsichtshalber. vorsichtshalber. Man kann es nie wissen. So, dann machen wir hier Schleichangriff. Und dann hoffe ich, dass das Ganze richtig, richtig, richtig gut funktioniert heute. Ja, macht er. Er macht solche Attacken. Das ist gut. Ähm, 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 das Normale. Das ist gar nicht das Normale. Egal. So, Fertischkeiten. Nochmal Hirnfrierung. Und dann kann er eh schon so wieder so gut wie gar nichts mit Mana-Punkten machen. Das ist wunderbar. So will ich das. So will ich das. So will ich das. So, gut. Wir machen einfach weiter. Der Kampf ist nicht schwer. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, jetzt dürfte er normalerweise keinerlei Mana-Punkte mehr haben. Das heißt, jetzt dürfte er theoretisch nur noch mit irgendwelchen Falsch, mit irgendwelchen normalen Attacken angreifen, die theoretisch nicht stark sein dürften. Ähm, in der Praxis, ich hab keine Ahnung, wir werden es sehen. Nein. So, das hätte durch kritisch sein können. Das wäre toll gewesen, wenn es kritisch gewesen wäre. So, jetzt würde ich mal gerne eine Runde so machen. Nur mal schauen, was wir Schaden machen. Okay. Okay, es ist nicht viel Schaden. Alles klar. Du darfst so angreifen. So, der greift so an. Ach, der ist eh schon wieder fast down. Wow. So, Schleichangriff. Yay. Gut. Woohoo. So, und jetzt können wir den Normal-Down bringen. Und zack. Yay. Okay. 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 Wundervoll. Eine Drachenkugel. Woohoo. Wir haben eine Drachenkugel gefunden. La 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 la. Wir haben mal eine Drachenkugel. La la la. Eine Drachenkugel. La la la. Das ist wundervoll. Na also. Das ist doch... Wie viele brauchen wir jetzt noch? Ähm, ähm, ähm. Miau. Ich bin überdreht. Falsch. Verschiedenes. We need... Oh mein Gott. Noch drei? Wirklich? Oh Gott. Drei Stück. Das geht gar nicht. So viele noch. Oh mein Gott. Okay. Das sollten wir schaffen. Das sollten wir schaffen. Hier steht schon safe. Das heißt, wir werden nochmal speichern. Fortsetzen. Vorsichtshalber auf den anderen Speicherstand. Nicht, dass irgendwie was mit der Folge ist. Dann kann ich da. Und das wäre ja doof. Und... Oh Gott. Wo finden wir denn die anderen? Naja. Wir schauen uns einfach mal überall um. Laufen einfach mal überall durch die Pampa. Waren wir da schon? Ja. Ich denke, wir waren hier schon. Das war doch der Kampf mit so einem Goku und so. Genau. Das waren hier. Hier war auch was mit safe. Haben wir die hier schon? Ich habe keine Ahnung. Was kann ich für sie tun? Ja. Keine Ahnung. Sag du es mir. Haben wir die hier schon? Ja, haben wir schon. Das war ja das mit dem komischen Quiz. Ne? Das war der komische Quiz. Der komische Quiz. Ja, nee. Ist klar, Julia. Der komische Quiz war das. Mhm. Du mich auch. Naja. Gut. Dann schauen wir mal. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Irgendwo muss hier noch eine Drachenkugel sein. Uns fehlen noch ein paar Drachenkugeln. Moment. Die können wir doch so, oder? Können wir die so? Ähm. Eigentlich nicht wirklich. Ähm. Mach mal so. Gehen wir ein bisschen schneller. Ja. Ja, 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 ja. Ihr wollt so wieder hier übertreiben, ne? Jungs, ihr wollt's übertreiben. Ja, ja. Zack. Ach, kommt schon. Bisschen schneller. So. Und jetzt der letzte noch. Ja. Okay. So. Hier ist nichts mehr. Was ist hier unten? Hier unten ist auch nichts mehr. Na, meine Güte. Ich musste hier ewig durch die Pampa laufen, nur um diese blöden Bälle zu bekommen. Das geht ja mal gar nicht. Und ich hab so ziemlich keine Ahnung, wo mir noch welche abgehen und wo nicht. Das hier unten ist mit Sicherheit ein Schleichweg, den kein Mensch braucht. Ja. Ich wusste es. Meine Güte. So. Da eine da. Hier waren wir doch bestimmt auch schon. Ja. Aber vielleicht ist hier noch ein Drachenball. Moment. Inventar. Verschidenes. Laborschlüssel. Hier war das doch, wo wir den Laborschlüssel noch gebraucht hätten, aber ihn nicht hatten. Jetzt haben wir ihn aber. Oh. Das ist gut. Aber ich glaube, wir müssen darüber. Oder? Ich hab keine Ahnung. Ach, wir machen lieber... Lieber gehen wir erstmal dahin. Hinterher war es dann falsch und dann muss ich nochmal zurück und... So. Ähm. Ja. 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 Äh. Nein. Ich hab keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach mal. Hallo. Ist hier jemand? Hallo. Ja. Hier ist eine Tür. Hallo. Ui. Was? Wieso? Ähm. Ernsthaft? Ernst... Safe? Äh. Ja. Ähm. Was geht denn hier ab? Ähm. Nein. Hier ist doch gar nix. Außer diese Dinger hier. Speichern. Fortsetzen. Hier ist doch gar nix. Okay. Ja, eine Drachenkugel. Habe ich die hier übersehen? Oder liegt es daran, dass ich diesen komischen Schlüssel dabei habe? Äh. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe eine ganz, 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 ganz komische Laune und das macht mir Angst. So. Äh. 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 Wir müssen erst den Knopf drücken, weil er muss natürlich jeder aufzukommen. Äh. Äh. Okay. So. So. Dann gehen wir da rein und dann gehen wir da runter. Dann haben wir theoretisch, müssen wir ja hier jetzt nix mehr machen, oder sind hier dann noch mehr Drachenkugeln? Ich habe doch keine Ahnung. Was soll ich denn das wissen? Könnte natürlich sein, dass wir Neo-Sushi auch noch in der anderen Zeit besuchen müssen. Brauche ich hier den Laborschlüssel? Nein. Okay. Vielleicht brauchen wir den gar nicht mehr. Was ist, wenn wir den gar nicht mehr brauchen? Und ich irre hier nur umher und verliere Zeit und oh mein Gott. Okay. Lernt er uns nicht irgendwie eine ganz tolle Fähigkeit, wenn wir alle haben? Ich glaube schon. Okay. So. Dann laufen wir hier wieder zurück durch die Pampa. Zurück nach Hause. Nee. Erstmal nach Neo-Sushi. Hallo. Guten Tag. Wo seid ihr denn hier für komische Dings süß? Ähm. Ich glaube, so dauert es ein bisschen länger. Oh ja, es geht eigentlich. Miau. 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 Bum. Ach Mensch. Einsatz versaut. So. Okay. Und jetzt müssen wir nach Neo-Sushi. Mal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Da ist ja dieses komische Dorf, wo ich gar nicht hinkomme. Vielleicht komme ich da hin, wenn ich in Neo-Sushi bin und die Zeit umstelle. Hm. Das könnte es sein. So. Auf nach Neo-Sushi. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ja, selbstverständlich. Aber wenn ihr sie wirklich haben wollt, müsst ihr gegen mich kämpfen. So machen wir das hier. Lassen. Lasst uns kämpfen, Opa. Ja. So stark kann er nicht sein. Ähm. So stark kann der nicht sein. Wir hätten vorher ins Innen gehen sollen. Jön Fredo. Wuhu. Hat er ja kaum mehr was über. Aha. Das tut mir leid. Na, ultimative Verteidigung. Chips. Fe... Ja. Irgendwas. So. Uh. Kritisch. Hat Jucken. Boom. Ja. Das hat wunderbrechtig funktioniert. Opa merkst du selbst, ne? So. Nochmal hier in Frierung. So. Und jetzt hat er keine Mana mehr. Das tut mir jetzt aber leid. So. Mal hier Klingenkaskade. Tju. So. Und dann machen wir hier wieder das hier. Tju. So. Und was macht er? Ja. Er geht schön brav auf Johnny. Leider hat nix mehr. Egal. Lassen wir ihn normal angreifen. Nein. Ähm. Er trifft Rakete. Und. Boom. Super. Es klappt wunderprächtig. So. Nochmal Klingenkaskade. Check. Und nochmal das hier. Check. Ach ja. Bei dem funktioniert es wunderprächtig. Ach. Komm. Den können. Normalerweise bekommen wir den jetzt so klein. Normalerweise. Wahrscheinlich nicht. Ja. Doch. Bekommen schon. Aber ewig wird es dauern. Das ist das Problem. Ach so. Doch nicht. Okay. Und weg ist er. So. Und sogar ein Level Up. Der hier kann viel viel mehr Level Ups machen. Ich habe gesagt, ich soll bei denen die Zähigkeit machen. Ach Mist. Drachenkugel. Ihr habt gewonnen. Punks. Vergesst nicht zu mir zurück zu kommen, wenn ihr alle sechs Drachenkugeln gesammelt habt. Ach ja stimmt. Das waren ja nur sechs. Wir haben sechs. Hallo. Guck mal. Nicht sehe. Ihr habt alle sechs Drachenkugeln gesammelt. Gut. Geheime Technik. Geheime Technik. Geheime Technik. Geheime Technik. Nein. Es gibt nichts zu lernen. Die Suche war das Training. Und all die Erfahrungen, die ihr erhalten habt, ist die geheime Technik. All die Leute, die ihr getroffen habt. Alle Gegenstände, die ihr verdient habt. Alle Kämpfe, die ihr gewonnen habt. Das ist die beste Technik, die ihr erlernt habt. Mieseste, geheime Technik aller Zeiten. 1, 1, 1, 1 und so ähnlich. Okay. Das war's. Ich dachte, da wird jetzt irgendwas Besonderes passieren. Okay. Besonders in. Und dann, dann suchen wir das, wo diese andere Fähigkeit gleich nochmal war. Das stimmt. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Das heißt, ihr müsst mir ein Video von mir anschauen. Damit ich weiß, wo ich wieder hin muss. Aha. Ist toll, oder? Finde ich super. So. Alles klar, Neo Sushi. Bei dir sehen wir fertig. So. Das heißt, raus hier. Check. Müssen wir jetzt erstmal unser Schiff wieder suchen. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo das war. Ist ja voll doof. Da isch. Ah nee. Banane, 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 Banane. I'm here. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Ich bin nicht überdreht. Nein. Nein. Nicht überdreht. So. Hier war das doch, oder? Ja. Das war hier. Sag, dass es hier war. Sag, dass es hier war. Wer sagt, es war nicht hier? Das war hier, oder? Ich weiß es noch nicht mehr. Wahrscheinlich war es nicht hier und er lacht mich jetzt total aus. Ich weiß ganz genau, dass er mich auslacht. So. Okay. Orkus Feuer. Uh, alle sind ausgewichen. Dreckskraft. Ja, super. Das war eine schöne doppeldeutige Sache hier. So. Und schon wieder ein Level Up. Ich verteile das jetzt einfach nur noch Sinnloses. Das ist eh wurscht. Ui. Ui, 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 ui. Inventar, Waffen, 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 Waffen. Und? Aber da habe ich gar nicht lange lesen. Da habe ich schon so viele Minuszahlen, so große Minuszahlen, so kleine Pluszahlen gesehen, dass es nichts anderes sein kann. Das war falsch, oder? Nee, das war richtig. Es ist richtig, oder? Ich bin richtig. Das ist doch richtig. Ist das richtig? Weiter links war ich aber nicht, oder? Also da muss ich, glaube ich, gar nicht hin. So. Taktiken. Austauschen. Nee. Du kannst einfach nur nach oben. Ha. Und durch. So. Taktiken. Wieder nach unten. Einfach nur, damit wieder alles gleich ist. Und dann gehen wir wieder nach oben. Und irgendwo da oben ist das noch Kisten. Hier konnte ich ja, ach so, hier kann ich ja die ganzen, ah ja, stimmt ja. Hier muss ich ja die Kämpfe machen, um diese Schlüssel zu bekommen. Ah, ja, stimmt ja. Okay. Das heißt, muss ich ja ewig rumrennen und rumrennen und rumrennen und rumrennen und dann ist hier wieder so ein Geist dabei. Und der Geist hat den Schlüssel und dann haben wir den Schlüssel und dann können wir die nächste Kiste öffnen. Yeah, ich hab's verstanden. Ich hab die Kommentare von euch verstanden. Und ich werd wahnsinnig. Ich mach mir selbst Angst heute. Das ist der Wahnsinn. Man muss bedenken, ich hab jetzt dann auch ne Together-Aufnahme und das wird ganz schlimm werden. Hey. Du, sag du. Hör doch auf. Wahnsinn. Hallo. Aufhören. So. Boom. Mama, mach den kaputt. Mach den kaputt. Oh Mann, mach den, mach den, mach den kaputt. Ey. Ich komm mir vor wie ein kleines Kind. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, ich will's auch gar nicht wissen. Das will ich nicht wissen. Das muss man nicht wissen. Wenn ich so ne Laune hab wie heute, das muss man nicht wissen, woran das liegt. Alter Piratenschlüssel. Super. So, jetzt müssen wir nur finden, wo wir hin müssen. Ich lauf jetzt einfach mal wieder einfach nur immer rechts lang. Uh, da ist noch Gold. 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 Da oben sind noch Kisten. La. La la la. La 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 la. Oh Mann. So. Hier haben wir wieder einen. Achso, nee. Wir haben den verwendet. Ich dachte schon wieder, wir hätten einen bekommen. Äh. Es ist so der Wahnsinn. Wie ist mit der Türkse. Da sind wir ja blöd. Aber was hier Gold ist, das ist schon der Hammer. Hallo. Aber da ist, da ist jetzt kein so ein Pirat dabei. Das heißt, für den Kampf bekommen wir hier gar keinen so einen Schlüssel. Das ist unfair. Was sag ich der Mama? Zack. Spalten. Auf den hier. So. Und jetzt machen wir einmal. Ja. Schneller. Ja. Ja. So. Hey. Geh doch down. Danke. Ja. Nichts Nützliches gefunden. Äh. Das hatte ich mir jetzt nicht gedacht. So. Und rüber hier. La la la. Und rauf hier. Ich hab doch keine Ahnung. Ich lauf da jetzt einfach irgendwie. Und irgendwann wird es schon richtig sein. Da da da. Das hat mich jetzt wieder an ein Lied. Ach. Erinnert. Ich muss jetzt hier runter. Oh. Menno. Laufe ich im Kreis oder was? Oh. Und das ist Akase. Mäh. Mäh. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau. Nee. Wir müssen noch kämpfen. Da ist ja schon wieder so. Nein. Da ist ja wieder keiner dabei. Oh. Mensch. Das ist so gemein. Erdschlag. So. Kaputte. Eine kleine grüne weg. Danke. So. Okay. Und down. So. Und der geht jetzt ganz normal down. So. Zack. 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 Hallo. Danke. So. Aber jetzt. Jetzt verabschiede ich mich für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.